Hallo, mein Name ist Markus Lenker. Ich unterrichte im Master Management des Moduls Management von Vertriebsorganisationen. Zu meinem beruflichen Hintergrund, ich bin seit mehr als zehn Jahren in der Automobilbranche für verschiedene Hersteller und in verschiedenen Funktionen tätig und habe da gelernt, was ich jetzt an die Studenten weitergeben möchte, Handwerkszeug und Rüstzeug im Marketing in der Automobilbranche. Eine wunderbare Gelegenheit im berufsbegleitenden Masterstudiengang, das Rüstzeug zu erlernen, um erfolgreich in die Wirtschaft durchzustarten.